Hallöche meine Freunde des Ames, willkommen zurück zu einem weiteren super nice Brawl Stars Video hier am Start. Heute ist der chinesische oder chinesische, chinesische, chinesische Launch von Brawl Stars hier im Spiel. Und für diesen nice Start gibt es hier was richtig nice heute im Shop. Vielen ist es wahrscheinlich schon bekannt gewesen, ich hab's gar nicht realisiert, bis ich heute morgen den Shop reingeguckt habe. Und da gab es einen richtig nice neuen Skin für die gute Jessie. Und zwar der Drachen Skin, also die Tante ist jetzt im Drachen Style. Und ich hab mir gedacht, machen wir ein kurzes Video, wo wir uns den Skin genauer angucken und dann direkt eine Runde spielen. Also ich hab ihn mir schon hier aus dem Shop rausgeclaimt. Hier wird man die dann finden, wenn man sie noch nicht haben sollte. Hier gibt es auch noch ein schönes Angebot, ein China Launch Fire Paket. Das brauchen wir nicht, aber wir gehen direkt mal zur guten Jessie rüber. Wo haben wir sie, die Dame? Jessie, 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 Jessie. Da haben wir sie. Und dann haben wir hier einen super neuen nice Skin. Roter Drache Jessie. Ich find den recht cool, muss ich sagen, den Skin hier. Wir haben hier ein Drachengeschütz und halt alles in diesem Style. Ja, Grüße gehen raus an den Stream. Kommt hier einfach random ein Abo rein. Und er hört, und er hört schon wieder hier. So, wir wählen direkt mal aus. Und dann schauen wir uns den mal an. Ich weiß gar nicht, ob die neue Animationen haben, in Sachen Schießen. Also ich weiß nur, dass das Geschütz ist halt im Drachen Style. Das werden wir uns jetzt direkt mal angucken. Wir gehen einfach mal in eine Solo-Runde rein und schauen dann mal. So, da sind wir schon mit der guten Jessie. Und dann schießen wir einfach mal in eine Richtung. Also die Schussanimation vom Normalen ist auf jeden Fall gleich geblieben. Schauen wir mal, ob der Drache noch irgendwie andere, der vielleicht Feuerbälle oder sowas spuckt. Das wäre natürlich mega, wenn der so Feuerbälle spucken könnte. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich hoffe, ich kann mein Geschütz aktivieren gleich, ohne dass ich sterbe. Ansonsten müssen wir es mal in einem Testspiel austesten. Das wäre natürlich noch fett. Das wäre halt echt fett, wenn der so Feuerbälle schießen würde. Aber so für sich an sich, der Skin sieht ganz geil aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Pokémon-Trainer. Könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem neuen Jessie-Skin haltet. Ich meine, er ist gratis. Gratis ist immer gut, ne? Bei gratis beschwert man sich eher weniger. So, kommen sie ran jetzt, Pam. Komm doch einfach her. Wie willst du wissen hier? So, komm, holen wir uns den Entity-Drink und dann holen wir sie uns. Weg. So, jetzt haben wir hier das Geschütz. Ready? So, da sehen wir schon, ein Drache. Sieht echt geil aus, aber schießt leider keine Feuerbälle. Der ist ja natürlich noch mega gewesen. Dann gab es ja heute auch so ein kleines Animations-Filmchen von Brawl Stars Direct. Da hat das Ding nämlich auch so Feuerbälle geschossen. Aber anscheinend schießt keine Feuerbälle. Das wäre natürlich noch fett gewesen, wenn das so animiert wäre, die Schüsse. Demnach ist es also nur der reine Skin, den man hier sieht. Aber dafür, dass er gratis ist, finde ich den Skin echt ganz nett. Wie gesagt, es sieht ein bisschen aus wie ein Pokémon-Trainer. Aha. So, das war es dann aber auch schon mit dem kurzen kleinen Video. Ich wollte einfach nur den Skin mit euch mal zusammen im Video austesten, damit wir danach im Stream direkt ready dafür sind. Lasst auf jeden Fall ein fettes Like da. Wer neu ist, gerne auch das Abo reinschauen, so wie es das Stream durch gerade gemacht hat. Der hat alles richtig gemacht. Einfach ein Abo reingehämmert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Stream oder Video. Haltet die Ohren steif. Denkt dran. Lieber Ehmen statt Flehmen. Ich bin raus. Ciao.